Hallo mal wieder in der Stadtbücherei. Hallo, kann man sich überhaupt sehen? Hallo. Ich wollte euch doch so gerne mal zeigen, wie schön ich hier wohne und euch ein bisschen rumführen. Dazu bin ich extra aus meinem geliebten Buch gekrochen und habe aufgehört, Papier zu essen. Mir ist aber eingefallen, dass es jemanden gibt, der schon viel länger hier wohnt als ich. Und es sei die Frau Schumacher. Hallo, Frau Schumacher. Hallo, Lemmy. Na, haben Sie Lust, uns ein bisschen hier rumzuführen und ein bisschen was zur Bücherei zu erzählen? Ja, klar, mache ich. Aber zuerst möchte ich auch die da draußen an den Bildschirmen in Puhlheim oder über den Rhein-Erft-Kreis natürlich herzlich willkommen heißen und begrüßen. Und ich würde sagen, jetzt starten wir unsere Tour. Super, los geht's. Jetzt sind wir schon in der Kinder- und Jugendbücherei. Hier befinden sich unsere Comics. Und wenn wir ein Stückchen weiter gehen, haben wir hier unsere AV-Medien. Hä? Frau Schumacher, was sind denn AV-Medien? Mensch, Lemmy, du bist ja mitgekommen. AV-Medien sind Medien für die Ohren, für die Augen und wir sagen dann dazu audiovisuelle Medien. Aha. Super spannend. So, Lemmy, jetzt sind wir hier in der Kinder- und Jugendabteilung und hier findet man ganz viele spannende Bücher. Einmal Fantasy-Bücher, Bücher zum Thema Liebe. Ja, Krimi und Spannung ist auf jeden Fall auch dabei. Und ich wette, für dich gibt's ja auch richtig tolle Bücher. Jetzt befinden wir uns in der Mutter-Kind-Ecke. Hier findet man Zeitschriften für Erwachsene und Kinder. Doch drüben, vor euch, ist die Löweninsel. Gibt's hier Löwen? Nein, Lemmy, richtige Löwen gibt es hier nicht. Aber wer tatsächlich auch hier wohnt, den müsstest du eigentlich schon mal gesehen haben, ist nämlich unser Boccolino. Und der ist doch drüben. Das ist nämlich das Maskottchen unserer Kinder- und Jugendbücherei. Ah ja, Kumpel, dich hab ich schon mal gesehen. Und man schon ein bisschen besorgt ist, der mir hier meine Bücher wegfrisst. Aber ist nichts passiert. Mensch, Lemmy, du bist heute eine richtige Plaudertasche. Aber du hast schon recht. Spannende Bücher finden wir natürlich auch bei unseren Kindersachbüchern. Hallo. Hey. Und so gemütlich, wie die Frau Schubacher jetzt hier sitzt und chillt, könntet ihr auch hier sitzen und chillen. Das macht viel Spaß, im Übrigen. Und damit ihr mal wisst, was es hier alles für super tolle Sachen zum Ausleihen gibt, haben wir euch einen Tisch aufgebaut. Den zeige ich euch jetzt, oder? Das hier ist der Toni, die Kuh-Lise-Lotte. Total süß. Die gibt's hier zum Ausleihen. Und dann haben wir noch Bücher, die schmecken mir besonders gut. Es gibt CDs, DVDs. Da hab ich ja gelernt, dass das AV-Medien heißt. Es gibt ein E-Book-Reader. Da kann man nur so digitale Sachen mitlesen. Kann ich nicht essen. Es gibt für die Schule was zum Lernen, die Lückkästen und noch viele tolle andere Sachen. Kommt einfach mal vorbei und leitet es aus. Und da setzt euch hier schön hin und chillt. Bis bald. Tschüss.